Energiemanagement ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Ob das jetzt die Wasserressourcen sind, ob das Energie ist. Wir setzen momentan Erdgas für die Beheizung unseres Gewächshauses ein. Auch da werden zukünftig alle Hebel gestellt, dass wir noch effizienter sind. Arbeitsmanagement ist mit das wichtigste Thema bei uns auf den Betrieben. Arbeitsmanagement ist der größten Kostenfaktor. Wir legen sehr viel Wert darauf, sehr effizient in jedem Bereich zu arbeiten. Wir haben acht festangestellte Mitarbeiter, die das ganze Jahr über bei uns arbeiten. Im Frühjahr zum Pflanzen haben wir ca. 100 Leute. In der Ernte beschäftigen wir bis zu 1.000 Erntehelfer. Und im Winter haben wir noch mal 200 Erntehelfer, die die Pflanzen putzen. Die Unterbringung unserer Mitarbeiter regeln wir durch unseren Zweitbetrieb Wohnpark Aalhorn, in dem alle Mitarbeiter untergebracht sind, aber auch mittags mit Essen verpflegt werden. Arbeitsmanagement ist bei uns auf dem Betrieb das wichtigste Thema. Wir denken, dass dort noch erhebliche Potenziale sind, wenn man mit guten Mitarbeitern, die man ordentlich entlohnt, sehr gute Qualitäten produziert, um dann auch hochpreisig seine Qualitätserke zu verkaufen.